Hallo und Willkommen zurück bei Red Dead Redemption. Ja, liebe Freunde, euch habe ich nicht vergessen, treue Zuschauer, dieses Let's Plays. Ich habe mich in letzter Zeit sehr viel mit Until Dawn beschäftigt, ich weiß, aber dennoch habe ich dieses Spiel selbstverständlich nicht vergessen und selbstverständlich nehme ich es auch wieder auf, aber ich habe halt wirklich manchmal Zeitprobleme und dann mache ich halt immer das, was mir am besten gefällt in dem Moment. Das war jetzt leider in letzter Zeit Until Dawn, aber wir haben einen wunderschönen Sonntagabend, 19 Uhr. Was gibt es Schöneres als Red Dead Redemption? So, das Mikrofon ein bisschen, ein bisschen so, das sieht besser aus und ja, mal schauen, was sich so in der heutigen Folge ergibt. Ich habe leider, ich weiß, dass wir in Blackwater sind und jetzt mit dem, wie hieß der Arzt nochmal? Eugen war das Pferd, das weiß ich noch. So, Behälter öffnen. Ich mache mal ein bisschen lauter, ich habe ein bisschen, ich habe es auf den Kopfhörern ein bisschen leise. Ich habe es auf den Kopfhörern tatsächlich. Sehr leise. Wo geht es hier raus? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Hallo. Ach, da hin ist die Treppe. Ich muss mich auch wieder an 30 FPS gewöhnen, das ist ja unfassbar. Das fällt gerade erst auf, aber das Spiel gibt es ja sowieso nur für Konsolen, das heißt, bei dem Spiel kann man jetzt nicht sagen, öh, PC besser, öh, zock doch auf den PC, öh. Ne? Cool. So, wo müssen wir hin? Haben wir überhaupt eine Nebenmissionen in der Gegend gerade? Ich glaube nicht. Ne. Harold MacDougall, genau. Zu dem komischen Arzt gehen wir jetzt hin, weil den finde ich lustiger und besser als diese Regierungstypen und ich denke mal, dass das gar nicht mal, ähm, nur mein Gefühl ist. Meine Nase ist auch ein bisschen, äh, ich bin ein bisschen verschnupft. Ich hoffe, das fällt nicht so stark jetzt Gewicht und ich hoffe, dass es dadurch jetzt, dass ich es gesagt habe, nicht gerade erst auffällt. Äh, ja. Hehe. Oh, das ist unglaublich. Einfach unglaublich. Hallo, Professor. Oh, hallo, Sir. Oh, Herr Marston, Sir. Guten Tag, guten Tag. Wie geht's? Well, my family's health and well-being are being threatened by some unscrupulous government agents, and my own hard-won freedom is under duress. But these problems aside, I suppose I'm fair. Haha, yes. The problems of civilizing nomads. Tell me, Sir. Are you from Norse stock? Not as far as I know. I was raised in an orphanage. My father was Scottish. Hm. Unfortunate. You'd make an interesting case for my theory. von Natur-Populatien Charakteristik. Really? Ja, ein weißer Mann, natürlich, aber mit einem sauvage spirit. Ich meine sauvage in der besten Sinne, natürliche nobility, aber auch einfach, pure. Ich habe ein paar Blüte Samples durch meine Microscope, und ihr wisst, was? No. Natürlich nicht. Es ist ein Rekord. Ich habe ein Blüte von Natives und White-Mens von corresponden Height, Weight, und Age. Und ihr wisst, was? Again? No. Sie sind genau das gleiche. Es ist ein Rekord. Es ist ein Rekord. Es ist mein letztes Buch. Aber ich sage dir, das Sabbatical in der Field hat mich etwas für mich auf mich, aber meine Scholarship hat enormes Vorteil. Würde Sie gerne ein Rekord? Ich habe noch genug für zwei. Not right this minute, nein. Es ist ein Rekord. 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 Es hilft meine Gedanken enormes. Oh, Nastas, come in, come in, sir. Would you like to take off your slippers? Or skin a rabbit? I know we cannot see the stars. But still my heart is pure and we meet as equals. These savages must be spoken to simply in metaphors. No, sir. I grew up on a reservation and attended school. Oh, lovely. But I can show you what you want to see. I know where the group of bandits you seek are hiding. Both of you. Van der Linde has attracted a following of young men on the reservation. They are turning to bad things. The savage heart cannot be conventionally civilized. I was right all along. Where's Dutch Van der Linde based? In the hills. In Cochinet. Let's go. I know a way there that is not guarded. Marvelous. It's simply marvelous. We can't get it yet so easy, right? Sure. Time to do our bits for humanity, Mr. Marston. Follow me. Yup. So, I understand we have a mutual interest in Mr. Van der Linde? You gotta kill him too? Kill him? Good God, no. What is it with you people out here? No. Van der Linde fascinates me. A white man living among nations. Come on. A civilized mind turned savage. It's reverse integration or repressive acculturation. I don't know. I haven't found a name I like yet. He was never that civilized. Ah, but of course. Edgar Ross mentioned your unique history with the man. Although I was away with the fairies at the time, I must admit. Surfing great waves of euphoria. Ah. What? Anyway, yes. Some kind of Robin Hood Oedipus Communist tale of naivete and betrayal if I remember correctly. We ran in a gang together, Professor. We tried to read too much into it. It's my job to read too much into everything, dear boy. Look, Mr. Marston. Buffalo. What a noble beast. I see. The white man will soon be the end of them. What on earth are you talking about, Nastas? Too much hunting, sir. Your whole society is based around hunting. But we hunt to eat, not for sport. Soon there will be no buffalo left. Who teaches you this nonsense? Extinction is a myth refuted by Darwin. Species don't die. They evolve. Hunting in time will make the buffalo stronger. These trees are quite foreboding, Nastas. Are you sure this is the right way? Yes, sir. It's rather dark. It's this way, mister. Ain't you never seen trees before? I thought you were a brave cultural explorer. Good lord, no. I rarely eat my food. I explore with a mind, Mr. Marston. Enjoy it while you still can. Soon you will have cut down all of these trees. Me? Or are you making a sweeping statement about the white man in general? There is no respect for the land anymore. I'm sensing some hostility, Nastas. Some anger. Talk me through this primal emotion, where it's coming from. Don't worry about it, Professor. Oh, Schnee. Hier sieht es schön aus. Jetzt müssen wir auch, glaub ich, bald da sein. Hier sind die Flüsse. Wir lassen die Hosen hier und schlafen den Rest der Weg. Ergen. Herr der Weg. Ich bin aus. Erg. Ich bin Angst, dass ich nicht viel von Lehm duk habe. Mehr von Lehm. Nicht viel von Lehm. Also, ich bin sicher, Nastas, wird dir helfen. Ich muss auf meiner Ebene rausfinden. Ich muss mein Weg geben. Ich habe Arbeit zu tun. genau der doktor verpisst sich wieder ist einfach mitgekommen hat überhaupt nicht überhaupt nicht geholfen hat nur ein bisschen rum gemeckert du musst schon starke arme haben um einen typen an einem arm hochzuziehen ich habe das mal ausprobiert einmal hat nicht geklappt aber das heißt nur stark sein so und was ist das sieht aus wie entweder ein tor oder so ein oder so eine wassersperre nicht dass das nicht gekennzeichnet wäre aber wo könnte den lang gehen hier aber die gegend ist eigentlich viel zu schön hier um die nicht mal ein bisschen zu erkunden wir werden auch das kann ich jetzt schon mal an der stelle sagen später noch mal herkommen also später noch öfter hier rum reiten meine ich und dementsprechend ja diese schöne ging noch weiter erkundigt wie ich finde die einfach schön einfach schön kann ich nicht genau sagen warum nicht nur wegen dem schnee sondern auch hügelige landschaft bäume das ist nicht so eintönig wie die ganzen wüsten und so und ja ich bin kein freund der heißen regionen wo wenig wächst und da soll latsch sein oder was was befindet sich hier oh guck mal eine kiste ohlala sechsmal dynamit guck mal immerhin da geht es auch hoch aber wir folgen erstmal lasst das der erwartet ja ungeduldig so wenn er schon so nett ist uns den weg zu zeigen hier dann obwohl ich der meinung bin dass er sowieso keine ahnung hat wurde hier lang geht der scheint noch nicht so oft hier gewesen zu sein was schon wieder wurde verletzt ist das für ein irrer wer warten steht draußen auf uns nur drei ich bin ich bin ich bin ich glaube nicht du musst du weiter gehen ich werde dir gut aber du gehst ich will nicht ich will dich nicht du bist sicher du bist du bist du musst nur kurz du gehst ich werde dich oder du dich auf dem Weg du bist du nicht du mich du gehst du van der lind good luck ich hoffe dass er wirklich nur sich ein bisschen ausruhen muss ich habe jetzt keinen bock den zu verlieren so muss ich jetzt gerade ich muss jetzt tatsächlich einfach nur da hinten hoch zum glück weiß john ja auch sofort wo man das für ein viech hat er nicht gerade irgendwas gesagt von wegen die jagd macht das ökosystem kaputt ich will nur kurz wissen was das ist dafür dafür darf man es umbringen aber sperren auch wie süß ja gut dann brauche ich jetzt keine umbringen jetzt weiß ich was das ist so bestimmt man tiere umbringen und dann haut abziehen feld abziehen und mal schauen dann dann weiß man dass das ist so ich höre schon wölfe ich habe schon hier hinter der ach ein bär meinte greift mich an irgendwie habe ich keinen schaden davon getragen ich versuche es einfach noch mal dann kommt man auch bären kurz mal augenblick kann man mich von dem umbringen zu lassen denn die bären sind glaube ich gefährlich nicht nur also nicht nur real sondern auch so lauf mal ein bisschen nein das ist wahrscheinlich ein bad idea kopfschüsse sind meistens sehr 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 effektiv auch bei tieren und es tut mir jetzt eigentlich sehr leid um die tieren weil so ein grizzly möchte ich nicht wirklich was sind auch die tieren nur weil die uns angreifen heißt das ja nicht dass sie trotzdem tötenswert sind aber das spiel gibt es uns vor ich habe das ist meine ausflucht ich musste das tun so haben wir hier noch irgendwo drum liegen oder so irgendwie manchmal liegt ja noch in wo grüß die klaue da habe ich sogar mehr als nur das feld von perfekt hat sich das gelohnt den umzulegen so aber hier noch mehr nicht wirklich ich sehe zumindest nichts offensichtlich ist naja gut kommt weiter hoch und dann da hoch der klettert so langsam aber das ist halt auch ein cowboy ne der dreiten gelernt aber nicht unbedingt extrem klettert so hier hoch und dann da vorne sich schon das x wo wir gehen müssen und dann hier lang und jetzt bitte möglichst nicht runterfallen ich sollte auch nicht wohl nicht so schnell rennen aber irgendwie habe ich das bedürfnis was ist das denn ach was ist das fünftig ein leopard oder sowas nein 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 die heißen so nicht aber sowas in der richtung so eine raubkatze halt mein gott kommen sagst mir kurz puma ja fast richtig und ich warte hätte ich da auch hochgekommen hätte ich nicht das ist schon da unten sitzen das tas der lebt auch noch zum glück hier die gleise hätte ich nicht hochgekommen das ist schon mal gut kein fach keine verschwendete zeit lila schneeglöckchen gut kann man auch mal nehmen was ist das ein paar tierer der puma sich glaube ich schon gegönnt hier weniger arbeit für uns so dick dick horn scharfsfleisch dick horn scharf dick horn scharf wo kam ich her warte mal wo muss ich denn jetzt weiter ach da warte hier glaube ich ne nein 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 so hier hoch wenn wir nicht hier so rät habe ich das gefühl ich bin relativ ruhig was meine normale kommentierweise anbetrifft komisch ne ich bin wahrscheinlich auch sehr beeinflusst jetzt im moment von until dawn wo ich mich meistens mit meinem redenfluss zurück halte wenn es zur sache geht bis dann gefährliche stellen und so obwohl so schlimm so ist das eigentlich gar nicht mal eigentlich eigentlich katsche ich da auch mehr als hier hat sich aber noch niemand beschwert ach scheiße den geier wollte ich oder was ein falke irgendwie sowas wollte ich noch ausschlachten warum fett er denn da runter scheißviehig warum stirbt er auch aber ist denn hier schwer verletzt und bleibt dann sitzen ich habe nicht mal ein wurfmesser verwendet guck mal so spähe kochinae mit dem fernglas aus und suche nach beweisen für judges anwesenheit ach da ist er oder was war das denn jetzt wird es tot vermutlich nicht aber der hat er genau ins fernglas getroffen eigentlich hätte das ein headshot sein müssen oder mr marston mr marston mr marston here you go mr marston put that stuff away you banged your head nastas and i carried you down well nastas heard the shots and he hurried up to rescue you and he carried you down i improvised an escape plan i'm more of a planner than a man of action thank you gentlemen friends of mine are with vanderlund we must try to reason with them sir vanderlund's gang contains several natives we must meet with them and try to save them from disaster my people have already endured many disasters before this was all our land and now we have brought you civilization i'm sure it hasn't been easy but it hasn't been easy for anyone nastas why i knew a man in yale whose father once shot eighteen natives in one afternoon out in wyoming oh the man was quite quite traumatized he took to lying with choir boys for a wise man you are a very stupid man mr gentlemen i'm gonna leave you to figure out right from wrong you are simple-minded sir thus i do not blame you for not understanding reason we can't deal witharenthood yes you are a very funny yes you are a very funny yes 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 Morgen wieder. Und genauso könnt ihr eure Bewertung abgeben. Also nicht morgen, sondern jetzt am besten. Und morgen dann auch wieder. Und am besten auch nicht probieren, sondern einfach machen. Aber das ist ja alles. Das sind nur Lappalien, mit denen ich mich hier die ich hier ausgesprochen habe. Ihr wisst ja alle, was wichtig ist. Und genauso wichtig ist ein Video nach diesem. Das kommt bestimmt. Bis dahin sage ich auf Wiederhören.